Beatrice Egli, die strahlende Schlagerkönigin, ist bekannt für ihre mitreißenden Melodien und ihre lebensbejahende Energie. Doch wie schafft es die Sängerin, zwischen dem Medienrummel und ihrer Karriere eine Balance zu finden? Das Geheimnis, so verrät sie in einem kürzlichen Instagram-Post, liegt darin, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Die Balance zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre In einer Welt, in der Prominente oft unter dem Druck stehen, ihr gesamtes Leben öffentlich zu machen, hat Beatrice Egli einen anderen Weg gewählt. Sie glaubt, dass das Geheimnis eines ausgeglichenen Lebens darin besteht, das Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Diese Einstellung hat ihr geholfen, trotz des ständigen Medienrummels, der mit ihrer Karriere einhergeht, eine gesunde Work-Life-Balance zu finden. Beatrice Egli ist nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch eine starke Frau, die ihre Karriere und ihr Privatleben erfolgreich balanciert. Sie ist ein Vorbild für viele junge Künstlerinnen und Künstler und repräsentiert die Zukunft des deutschen Schlagers. Mit ihrer positiven Energie, ihrer Authentizität und ihrem Engagement für ihre Musik hat sie sich einen festen Platz in der Herzen ihrer Fans gesichert. Beatrice Egli hat das Geheimnis ihrer Balance enthüllt. Sie behält ihr Privatleben für sich. Diese Entscheidung hat ihr nicht nur geholfen, eine gesunde Work-Life-Balance zu finden, sondern hat auch dazu beigetragen, ihre Authentizität und ihren Einfluss in der Musikindustrie zu stärken. Sie ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man sowohl im Rampenlicht stehen als auch ein ausgeglichenes Leben führen kann. Sie ist ein leuchtendes Beispiel für sich. ... ...